Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Goose Goose Duck. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und vergesst nicht, die Kanäle der anderen zu besuchen, die sind in der Beschreibung verlinkt. Sunny, komm, lass fusionieren! Machen wir den Full Mute, dass die Toten miteinander reden können? Nein. Oh, ich finde das super nützlich. Come, Fusion! Ha! David? So sieht also unsere Fusion aus, ich verstehe. Achso, ja, 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 bitte. So, are you ready? Ready? Ja, äh, wie funktionieren die gerade? Gut, lass mich leben, danke. Tschüss, tötet dich. What? Ich verstehe die Rolle nicht. Wartet, erst mal das da weg. Ich weiß ja, wo man alles freischaltet. Warum bin ich immer... Nach der Runde lief ich einmal, weil ich scheine den Bug zu haben. Oh, ich darf was sauber machen. Eine neue Task. Ich habe mir direkt die Likes geholt. So. Ah, okay. Man pusht sich nicht wieder gegenseitig ins Handwerk. Hä? Hä? Achso, ich muss Ameisen erschlagen. Aber ich bin eigentlich ein Tierfreund. Wie viel muss ich denn erschlagen? Okay, waren offenbar genügend. Okay. Ja. Da rennst du direkt in die Ecke, ne? Okay. So. Okay. Ja. Ich hatte gerade einen Task-Bug gerade. Wie reportet man, hä? Mit R? Ja. Ich hatte gerade einen Task-Bug, by the way. Nein, warum? Ja... Ich hatte diese WD40-Task und die hat einfach nicht funktioniert, ich hab umgeklickt. WD40-Task? Du musst da mal draufklicken, oder? Ja, ja. Wichtigen Sachen, Leute, zu wichtigen Sachen. Wo? Irgendwo unten ist unten rechts. Ja, Zeit. By the way, wenn ihr auf den Kompass klickt, habt ihr die Karte, ne? Was? Ah, dann weiß man, wo man ist, okay. Ja, dann wisst ihr, wo ihr seid. Also, ich bin gerade ins Entrance. Kann man die Diskussion-Time vielleicht fürs nächste Mal höher schalten? Das wäre mega. Man kann ja einfach beim Thema bleiben. Ja, Janik, aber... Das ist viel zu kurz. Aber ich würde erst mal sagen, es gibt, wo war sie, bei allen Dingen? Äh, irgendein... Warte mal. Wir waren gerade zu dritt bei der Leiche. Ich glaube, Hamster, Shining und ich. Aber ich... Ja, genau. Ähm, ja. Ich vermute einfach bei Shining. Ich vermute einfach bei Shining. Ich war irgendwo rechts bei dem linken Teil. Ich sag, sorry. Bei dem linken Teil irgendwo rechts. Ja, ich hab die Karte noch nicht im Kopf. What? Ich lern die Karte noch. Ich lern die Karte noch. Ich lern die Karte noch. Kompass rechts drückt drauf, Kadel. Allein das mit den Teleporter war eine Hiobs Aufgabe ist zu lernen. Wenn man schon davon redet, jetzt bin ich dort. Verdammte Axt. Bin ich alleine? Nein, Hamster ist bei mir. Ich wäre rüber. Ich... Was will ich hier? Ich hab hier keine Task. Ich darf den Hamster nicht töten. Dave weiß, dass ich mit ihm alleine hier bin. Achso, ich kann auch das Shuttle blockieren. Hamster, willst du mitkommen? Daneben nicht. So, jetzt seh ich auch mal, wie das Shuttle fliegt. Oh, da ist sogar ein Wind drin. Da hat keiner gesehen. Da ist Sven. Habe ich überhaupt noch eine Task? Ja. Ich bin einfach ein Gott. Ich bin ein Gott. Ich habe eine Ente hier gekillt. Eine Duck. Ich bin der Sheriff und ich habe eine Duck gekillt. Scheinig war eine Duck. Du Dreckiger! Er hat mich aufgelegt und alles glücklich. Ne, ich will nur mal kurz sagen. Ich bin dreimal hintereinander Imposter. Ich gehe nächste Runde einmal kurz raus und wieder rein, weil ich scheine den Bug zu haben. Ich glaube, Yannick ist der, äh, Arter Seels. Weil? Ich finde euch alle an, weil du gerade die ganze Zeit verfolgt hast. Ich habe dich nicht verfolgt. Ich habe die Task gemacht. Was? Ich habe gerade die Sorgen gemacht. Ich habe auch extra den Shuttle weggeschickt. Wer ist denn der Nächste? Wo du kurz drin warst. Wie der Nächste? Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Für die... Was war das? Für diese Tasten mit dem Informatik-Studium. Ja. Ich war auch Dungel verloren. Die Tasten sind alle so unfassbar langwierig, ne? Ja. Das ist schön. Danke, dass du mich zweimal wortest. Dankeschön. Gerne. Ich mache halt eigentlich da nichts. Ich bin halt ganz, aber okay. Außer Beschuldigen. Hasse dich, Paul! Dafür mache ich jetzt erstmal die Likes aus. Los, Schabau, hol sie dir. Ich wollte auch nur, dass sie... Ich wollte nur hier. Hm? Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, weil ich im Weg bin. Aber der... Der hat mich gerade direkt zurückgeschrieben. Du hast Misch gekillt, du dreckiger. Ja, ich kann jetzt halt nur noch... Hä? Was war das denn gerade? Ach, sieht man, wenn es einer stirbt, oder wie? Ich habe, glaube ich, die anstrengende Aufgabe fürs Gehörn, was es gibt. Oh, was? Also, ich habe da ein Paal gefunden. Naja, der Sheriff wurde ausgeschärft. Ja. Wo denn? Ähm, das ist in Security tatsächlich. Security, wo's Security? Ach, da, oh ja? Okay. Genau. Hast du was vernächtiges gesehen? Also, ich habe mal... Den Feige mal bei mir gesehen gehabt. Aber da war ich da auch ganz genau. Genau, da war ich da auch ganz genau. Genau, da war ich da auch aus. Und dann haben wir nicht nur am Spawn gesehen. Du hast irgendein Spawn danach. Ja, ja. Also, wir sind nach Elektro-Kirchen gelaufen, haben das nicht dann gemacht. Da war ich erst allein. Da waren auf einmal noch drei oder zwei andere da. Ich hab's dann gesehen. Und dann bin ich runtergelaufen. Nach Engines. Hab einen Taster gemacht. Für diesen hier Power machen darf. Ja. Und dann hab ich halt den Power gefunden in Security. Okay. Also, ich hab... Verdächtige Hamster oder Fall? Und ich verdächtige Svensson. Das ist wenn ich auch bei dir, Mann. Das stimmt ja nicht. Was verdächtigst du mich denn? Ich hab Hamster gerade hinter mir. Verdächtige, weil... Ich hab vor fünf Stunden noch beigestand, wir zusammen rübergefahren sind und auf einmal so neben mir in Security tot. Du kannst mich ruhig wehre nicht. Ja, du, du hast einen Fehler, ne? Ja, also... Du hast einen Fehler, ne? Boah. Okay. Also, ich glaub's, wenn es ist. Ich glaub's, wenn es ist. Ich glaub's, wenn es ist. Ich hab nicht gesehen, was die gevotet haben. Ich hab halt in Meetings meistens die Klappe, wenn ich schon tot bin. Ja, ja. Schön. Also, ich find's schön, als Geist sieht man's wenigstens noch. Bin irgendwer verreckt. Ah, okay. Gleich hab ich Signal. Eh fertig. Äh. Komm, mach ich mal Engines. Was auch immer Engines macht. Ah, dass die verrecken. Ey, das muss ich machen, während die alle drüben sind. Und dann muss irgendwie das Shuttle blockiert werden. Warte mal. Läuft da ein Time-Up? Ja. Einer ist gestorben. Warte mal. War unschuldig. Warte mal. War unschuldig. noch zwei Tasks machen. Also Leute? Den Hamster gewonnen, glaub ich. Ja, ich hab's. Also, darf ich auch irgendwas sagen? Ich hab Hamster und David zusammen. Weil die waren bald zusammen bei mir. Ja, okay Sven, komm Sven. Die waren bald bei mir. Ich bin an den Kamerastern geblieben. Und David ist ja gelaufen. Und der Hamster ist da. Ja, das kann nur David sein. Ja, komm. Wählt mich. Wo wart ihr denn? Wo wart ihr? Wo wart ihr bitte? Hallo. Äh, ich bin wieder da, wo ich Pahl, wo ich Pahl verloren habe, war ich schon wieder gestanden, habe meine Tasks gemacht. Das ist irgendwas mit irgendwelche Gegenstände wegstreichen. Auf den Kompass, dann hast du den grünen Punkt. Da siehst du, wo du jetzt gerade bist. Äh, das ist die Prated Bay. Da war ich. Und das Hamster liegt in Communication, das knapp oben drüber ist. Genau. Und da sind die beiden weglaufen. Und ich war in Security. Also. Ich sag immer noch, Sven hat self-reported letzte Runde. Nein. Du bist das David. Definitiv. Ich werd's ja ein Fünfer für. Ja, danke. Also, wenn ich mich geworden hab. Aber ich bin ja immer. Alter! Ich bin ja immer suspicious. Du bist frisches. So, Leute. Gib du das. Gib du das. Gib du das. Gib du das. Janik, mach deine Tasks. Gewinn über Tasks. Ich bin auch fast fertig. Warte. Ich hab mal Communications blockiert. Wir zeigen'sD G В Gelez über Tasks. Und Das ist schön, Es gibt Lege Schwen steht komplett allein. Ist Schwen AFK gegangen? Schwen darf halt nicht sterben. Dave ist tot! Ja! Warte! Kann doch nicht. Damit er ihm votet! GG! Ja, gut. Scheinig war auch nicht rumgebracht. Ich war schon unschuldig. Ey, im Chat haben wir geklärt. Es war genau andersrum. Wo ist eigentlich der Knopf? Warum hast du mich unbedingt umbringen wollen, Pall? Bei der Brücke oben und dann links. Jetzt nur weil ich das mit der Karte nicht richtig konnte. Ich bin quasi da rein und dann direkt links im Raum. Alles klar, danke dir. Pall. Danke dir. Bin ich noch gemütet oder wie? Was machen wir mal der Kanadier? Ne, ich höre dich. Ne, ich bei dem Pall. Du reporter automatisch der Killer. Hast du mich jetzt nur umgebracht, weil ich den Raum nicht richtig nennen konnte oder wie? Hä? Ich habe dich gerade umgebracht, weil ich dich umbringen wollte. Ich bin dann durch die Gegend gelaufen. Ich habe gesagt, wenn ich das nächste Mal Shining sehe, dann kill ich den. Oh, Shining! Hi! Das ist legitim, finde ich. Ne? Ja, finde ich auch. Das wird noch ein übles Nachspiel geben. Oh nein, ich bin Imposter. Huch! So, neue Runde, neues Glück. Ich bring mich Sunny nicht um. Ich verstehe das hier immer noch nicht. Hä? Hat Sunny gerade mal... Hä? Ich glaube, Sunny hat meine Aufgabe gemacht. Ey, ich war gerade am Schrank, Ortsnil. Sunny? Hast du gerade meine Aufgabe irgendwie gemacht? Weil ich war an dem Teil dran, du warst auch dran und auf einmal war meine Aufgabe weg. Hau den M drücken! Hau den M drücken! Hau den M drücken! Hau den M drücken! Hau den M drücken, bitte! Hau den M drücken! Hau den M drücken! Danke! M? M? Ja, dass dieses Mikrofon unten rechts rot ist. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und rechts ganz rot. Ich bin bei R.Culture. Jetzt zwei Mal Pal Banta da stehen. Age? Ja, nee, ich bin bei Panther. Ja, das ist doch so verwirrend. Ich bin der Panther. Wir sind die einzigen, die ja rausstechen, weil wir ein Shirt anhaben. Wir sind die einzig cool. Ähm, ich stehe bei Agriculture und unten rechts ist eine Leiche. Ich habe tatsächlich nicht vergessen, wer mir entgegen gekommen ist. Sie sind beim Teleporter. Ja, ich kann das bestätigen. Ich und Sunny sind beim Teleporter, ich wollte mich gerade sogar rüber teleportieren. Wo ist der Teleporter? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Drück mal auf diesen Kompass. Drück mal auf diesen Kompass. Drück mal auf diesen Kompass, das ist eine Map. Hallo? Ja, ich weiß es nicht. Agri-Culture. Der Teleporter ist auf dem rechten Schiff. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Wen habt ihr doppelt gesehen? Wen habt ihr doppelt gesehen? Wen habt ihr doppelt gesehen? Niemand. Aron hat sich Pal Banta genannt und ich heißt Pal Banta. Achso. Können wir jetzt 50 Punkte ausmachen, dass alle nacheinander reden? Das wäre mega gut. Müssten wir die Voting haben aber höher schrauben. Ich verstehe gar nichts, ey. So. Tab. Ich bin hier drüben. So. Ich muss das einmal und das. Okay. Das hat auch super funktioniert. Ab zum nächsten Raum. Ich sollte vielleicht nicht so alleine rumrennen. So. Kaffee ist gemacht. Oh. Wieder. Das. Äh. 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 Kommt hier ihr Ameisen. Ich erschlag euch alle. Auch wenn ich euch eigentlich gerne habe. Weil ihr macht meinen Garten flott. Müsst ihr mal mitsehen wie viel man umbringt. Warte mal. Warte mal. Sunny ist doch eigentlich mehr oder weniger safe. So. Select. Warte. Select. Warte. Okay. Das habe ich hinbekommen. Danke sehr. Okay. Oh. Ich und Dave haben zusammen eine Leiche gefunden. Wollte ich gerade sagen. Shining war gerade bei mir. Als wir eine Leiche gefunden haben. Ich habe gerade Planeten sortiert. Hatte vorhin vorher. Oh. Wait a second. Im Übrigen. Drei Leute sind tot. Drei Leute sind tot. Im Übrigen. Ich glaube so ungefähr drei Leute können bestätigen. Dass ich irre lange links an der Task gesessen habe. Sunny war einer davon. Ich glaube Miau war darunter. Der ist aber leider tot. Und ein dritter den ich nicht mehr weiß. Tatsächlich war Sunny bei mir. Ne. Ich meine. Ich habe über drei Minuten an einer Task gesessen. Am Anfang war Sunny bei mir. Miau ist irgendwann vorbeigelaufen. Und da war noch ein dritter. Irgendwann noch am Ende. Aber den habe ich nicht mehr wirklich gesehen. Ja ja. Aber Sunny kam gerade raus. Sunny war bei mir. Der ist auch nach rechts gelaufen. In dem Moment wo ich an die Task gegangen bin. Hast du mir mal bitte zu Shining. Ich will eine wichtige Info droppen. Der war auch zuletzt im Cryo Lab. Ja das ist richtig. Und dann bin ich runter nach Communications gelaufen. Und wer ist mir gerade Bridge entgegen gekommen? By the way Map ist der Kompass rechts. Ja komm raus mit dem Dreck. Sunny ist es ey. Oh man man hört dich wieder doppelt. Achso. Entschuldigung. Warte mal. Hast du die beide auf derselben Tasse die Mute Tasten? Sunny ist es. Sunny ist es. Nein 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 nein. Ja komm. Sunny. Wie kann man dem Boot? Wir haben so viel durchgemacht zusammen. Wie kann man dem Boot? Auf die Person drücken. Auf die Person drücken. Auf die Person drücken. Glaub nicht bei mir. Ich habe geskippt Sunny. Oh ja. Fuss am Torax-Niss dabergen draft warmer seizure Oh das ist ja für mich. But iii. Das muss noch die Person drücken. Oder aufsOULD Frü acute oben. Oder auf der Außendars wenn es nicht bestätig wird. Aber Ball hat nicht. Ball hat gar nicht. Ob die Ball hat nicht. Ball hat nicht verdrückt. Du anys wehen ja das ist puber er falten. Dass die Sportarten gefragt wird misst. nein wird es nicht wird es nicht ich glaube ich habe lange genug bei panther aber ich nehme mich gleich um jetzt mal wissen wo ist der andere teleporter hier muss immer drauf drücken ach so das geht nur in eine richtung ok ich habe gerade was gelernt ok security gibt es kameras auf die man zugreifen kann nein offenbar nicht ist das hier scheiniges bei mir scheiniges leute leute alles gut ihr braucht niemanden saven ich habe gerade eine poste rausgenommen du bist ich sag doch ich erkenne es wenn er böse ist ich habe doch dass er es nicht ist er hätte mich schon längst umgebracht haben wir dann haben wir jetzt ein wir haben noch einen post auf jeden fall ich habe doch gesagt ich hoffe dass der übrige blühende poste kann kann ich glaube ich glaube ich glaube dass ich irgendwie schwänze da oben also braun auch warum warum ich denn also hast wir können einfach abwechselnd haben wir drei wissen dass wir gegenseitig unschuldig sind können einfach den einboten meeting und den anderen danach als fall ist dann die kann es theoretisch trotzdem seine kann auch jetzt einfach ja theoretisch könnte sein ja theoretisch ja aber das ist ein problem also sind halt fünf ich würde jetzt gibt mal nur noch einen bösen haben ja es gibt uns glaube ich das ist ja oder da schießt jemand und hat den falken erwischt und die haben gesagt ich kann nicht voten und hat kann ja das war es mit dem heutigen part wenn es euch gefallen hat das den abunden leid und besucht natürlich auch die kanäle der anderen tschüss